So meine lieben Freunde, hier ist wieder der Maleni und ja heute mit dem Guide zum Steindrachen in Tiefenheim. Lange Rede, kurzer Sinn, gehen wir direkt nach Tiefenheim. So, jetzt fragt ihr euch, wie kommen wir nach Tiefenheim? In Sturmwind gibt es eine kleine Portalinsel oben rechts, dort solltet ihr euch erstmal befinden. So, in Tiefenheim angekommen, solltet ihr euch erstmal orientieren. Dann, dazu schlagt ihr erstmal die Karte auf, ihr seid dann hier in diesem Turm und ihr solltet jetzt erstmal schauen, dass ihr möglichst schnell hier hochkommt, weil alles andere ist Zeitverschwendung. Ihr fliegt also genau dieselbe Route wie ich hier, ich bin hier übrigens noch mit meinem Krieger unterwegs und ja, dann seid ihr davor und ja. Zu beachten ist, dass ihr auch auf einem non-heroisch Schwierigkeitsgrad arbeiten könnt und somit ist heroisch nur eine Zeitverschwendung, die es alles nur noch schwerer macht. So, jetzt beginnt eigentlich erst das eigentliche Gemetzel in der Indie. Ja, ihr probiert eigentlich einfach alles zu grinden, ist eigentlich mit jeder Klasse schaffbar. Mit einem Heiler wäre es ein bisschen nervig und würde auch ein bisschen lange dauern. Ich empfehle hier Krieger, ich zeige das Ganze danach nochmal mit meinem Hexenmeister. Und ja, an diesem Wurm einfach vorbeischleichen, um Zeit einzusparen, das habe ich auch erst nach dem 50. Versuch oder so herausgefunden, muss ich ehrlich sagen. Ja, ihr probiert einfach alles so schnell wie möglich hinzubekommen, schleicht euch einfach vorbei, wenn nicht, manchmal geht es auch schneller einfach die Mobs zu legen. Jetzt seid ihr hier vor, ja, wie heißt er nochmal, Plattenhaut und folgt einfach dem Weg bis zum Boss. Dort wird er sich dann vor euch platzieren und dann beginnt eigentlich der Bosskampf und ja, zu dem komme ich gleich. So, ich handhabe das so, dass ich direkt zu Beginn meine Cooldowns aktiviere, um ja, möglichst schnell mit dem Boss fertig zu sein. Also, es ist keine große Herausforderung, zweieinhalb Millionen leben, sollte eigentlich schaffbar sein. Ich habe das damals auch schon gemacht, mit einem Gear Level von 450, das geht eigentlich alles. Das ist eigentlich alles drin mit Level 90. Und ja, der Drache hat eine Drop Rate von 1%, aber ja, man kann nie wissen. So, kleiner Tipp, die Inni durch dieses Portal verlassen, das spart eine Menge Zeit. Vor der Instanz, ganz wichtig, Instanz zurücksetzen, damit alle Bosse wieder respawned werden. So, der Krieger sagt Schiss, wir sehen uns gleich mit dem Hexenmeister. So, ich komme mal direkt zur Sache, wir machen eigentlich wieder das gleiche, einfach alles niedergrinden mit dem Hexenmeister. Ein bisschen schwieriger, muss ich ganz ehrlich zugeben, mit dem Krieger geht es ja doch ein bisschen leichter wegen der Plattenrüstung, aber es ist auf jeden Fall locker schaffbar mit dem Hexenmeister. Wir machen hier wieder genau dasselbe, schleichen uns auch wieder vorbei und ja, dann bin ich raus. Wir sehen uns gleich beim Boss. Ja, mit dem Hexenmeister, ja, auch wieder das gleiche, cooldowns direkt am Anfang. Kann man machen, wie man will, ist jetzt nicht sonderlich notwendig. Ja, wie man sieht, ist nicht so viel Damage wie beim Krieger, aber liegt auch am Gier. Ja, nachdem ihr ihn umgelegt habt, ja, auf jeden Fall erstmal den Drop kontrollieren, ob der Drache vielleicht auch gedroppt ist. Bei mir jetzt zum 200. Mal nichts passiert. Wieder die Instanz durch das Portal verlassen und ja, dann sind wir eigentlich auch am Ende dieses Guides. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Vielleicht sieht man sich dann auch beim nächsten Mal, wenn es heißt, ja, irgendwelche Mounds zu farmen. In diesem Sinne, tschüssi.